So Freunde, wir lösen jetzt auf jeden Fall das Gewinnspiel auf vom letzten Shop-Video und zwar verlose ich ja in jedem Shop-Video bis Weihnachten drei Guthabenkarten für V-Bucks und zwar müsst ihr einfach hingehen, ihr solltet meinen Creator-Code eingegeben haben, ihr müsst Hashtag Shop kommentieren und dann habt ihr auf jeden Fall hier die Möglichkeit das Ganze zu gewinnen. So einfach funktioniert das Ganze, einfach mitmachen, ihr solltet natürlich auch Abonnent des Kanals sein, um mitzumachen und wir haben jetzt hier mit rund die drei Gewinner, einmal Gaming-Fahrhan-LP, dann haben wir Lee James und wir haben Fortnite-Boodies-XD, also nice Sache auf jeden Fall, meldet euch bei mir auf dem Discord-Server, einmal YouTube-Account verknüpfen und jetzt geht es auch schon mit dem Video los. So Freunde, auf jeden Fall, da sitze ich jetzt gleich hier der Shop im Hintergrund, ihr könnt gerne meinen Creator-Code eingeben, frpz-yt, außerdem schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung vorbei, dort habe ich als Dank für das tolle Jahr mit euch zusammen ein kleines Gewinnspiel veranstaltet, da müsst ihr einfach auf den Link klicken, da werden euch alle Anweisungen gegeben, macht da gerne mit, würde mich freuen, wird auf jeden Fall nach Weihnachten aufgelöst, so damit ihr einfach schön die Geschenke bekommt, auch dann nochmal von mir und jetzt schauen wir uns dann einfach mal den Shop an. Oha, Digga, was ist das? What the fuck? Lol, Digga, what the fuck, Alter, was ist denn das? Lol, ich würde sagen, Freunde, wir schauen uns erst die rechte Seite an, Digga, was ist denn das für ein Typ? Naja, auf jeden Fall haben wir hier den Emot Luftgitarre, 800 V-Bucks, Freunde. Ja, muss man jetzt hier an der Stelle, ja, selber entscheiden, ob es einem gefällt oder nicht, am Anfang habe ich es irgendwie übertrieben gefeiert, mittlerweile ist es nicht mehr so geil. Wir haben den Libre-Gleiter für 800 V-Bucks, hier feiere ich das Ganze einfach mit den Flügeln, sieht meiner Meinung nach einfach mega geil aus. Wir haben den Skorpion-Charakter bekommen, gestern oder vorgestern haben wir auch den männlichen Soldat bekommen gehabt und jetzt haben wir nochmal den weiblichen. Finde ich eigentlich ganz in Ordnung, 800 V-Bucks gehen da auch vollkommen in Ordnung. Wir haben die Überlebenskünstlerin am Start, feiere ich irgendwie nicht so. Wir haben den Brüller-Mode, den Brüller-Mode feiere ich zu Tode, keine Ahnung, der gefällt mir einfach übelst. Wir haben den Eisbrecher am Start für 500 V-Bucks, 500 V-Bucks für so eine Spitzjacke geht auch eigentlich absolut in Ordnung. Auf der linken Seite haben wir wieder den Lebkuchen-Mann, Lebkuchen-Frau, die Spitzjacke, die passend dazu ist und zwar den Plätzchen-Form. Dann haben wir Lebkuchen für 500 V-Bucks und wir haben heute einen neuen Skin bekommen. Wie ich sagte, Freunde, jeden Tag kommt ein neuer Skin raus. Das hat mich jetzt wirklich überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also Real Talk, hier, ohne Witz, ich feiere den Skin irgendwie. Digga, was ist denn das, Alter? Einfach so ein Gartenzwerg. Übelst fresh, Leute. Grimby heißt der, dieser Gartenzwerg, streift gern in eisigen Landschaften umher. Hat noch dieses Rückenaccessoire, ist reaktiv, erhellet die Nacht, also wenn es dunkel wird, wird es dann, soweit ich jetzt verstanden habe, ein bisschen heller. Ist ein cooles Rückenaccessoire, so von der Idee her. Und allgemein, die Gartenzwerge sind eine echt coole Idee und er sieht echt, wirklich, da muss man real sein, er sieht wirklich lustig aus. Plus, man kann ihn in mehreren Arten und Weisen holen, und zwar einmal mit dem, also der ist richtig böse, der hat absolut Bock, alles hier kaputt zu machen. Hat rotleuchtende Augen und einmal natürlich in normal. Ja, gefällt mir. Also der Skin gefällt mir wirklich. Da müsst ihr natürlich selber entscheiden, ob ihr euch das Ganze kaufen möchtet. Es ist jetzt kein Skin, den ich jetzt dauerhaft spielen werde, aber hey, Hauptsache man besitzt ihn meiner Meinung nach. Ich würde euch empfehlen, äh, schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare, einfach per Schulnoten, 1 bis 6, was euch hier einfach gefällt. Äh, ja, also mir gefällt es, ich würde eben eine 2 bis 3 geben, beziehungsweise eine 2 vielleicht so. Eine 2 minus vielleicht, aber ist auf jeden Fall ein cooler Skin. Dann haben wir natürlich noch passend dazu die Spitzhacke, Kälteeinbruch, ähm, ja, ist eine Spitzhacke, die eingefroren ist an einer Location. Plus, die ist, glaube ich, auch reaktiv. Da ist ja auch hier, äh, vorne diese Leuchte dran. Leider kann man das nicht sehen, beziehungsweise hier steht auch nicht, ob es reaktiv ist oder nicht. Also das heißt, wenn es dunkel wird oder wenn wir einen Kill gemacht haben, dann sollte das Ganze da vorne leuchten. Soundtechnisch, ja, hört es sich cool an, wie als ob so Glas kaputt geht. Ich würde sagen, Freunde, wir gönnen uns das Ganze. Mir gefällt es, ist ein cooler, äh, Skin plus eine coole Spitzhacke. Hat mir auf jeden Fall echt gefallen und es hat mich wirklich überrascht, dass wir so einen Charakter bekommen haben. Freunde, einfach ein Gartenzweck. Plus, bedenkt bitte, dass es von Vorteil sein könnte, diese riesengroße Mütze zu haben, denn, äh, die Hitbox ist nicht genauso groß wie die Mütze, beziehungsweise der ganze Kopf von dem Charakter, sondern die Hitboxen sind ja immer gleich groß. Das heißt, es könnten eventuell Gegner eher auf eure Mütze zielen und schießen und ihr bekommt dann vielleicht weniger Hit oder die Gegner verfehlen euch. Das ist natürlich auch ein bisschen positiv. Und ja, äh, soviel auf jeden Fall hier zum, ähm, ja, Battle Royale Shop. In der Beschreibung sehen wir auch kein Elf. Das ist so ein Trigger für uns nochmal, denn jeder hat ja prediktet, dass normalerweise heute der Elf erscheint und zwar dieser eine OG Skin und leider ist das Ganze nicht so gewesen. Also, da hat uns vorne wieder getrollt ein bisschen, aber naja, was will man machen? Ihr könnt natürlich gerne hier an der Stelle die Videobeschreibung abchecken für super günstige PSN-Karten, die innerhalb von zwei bis drei Minuten geliefert werden und ihr könnt mit fast jeder Zahlungsart bezahlen und die Playstation-Karten werden eigentlich euch so schnell wie möglich geliefert. Ist eine coole Seite, ist auch mein Partner, die stellen mir auch immer die Playstation-Karten zur Verfügung, damit er euch diese geilen Skins um und zu immer zeigen kann und sie auch selber kaufen kann. Jetzt würde ich aber sagen, vorne, wir switchen in den Reddit-Welt-Modus. Ich bin gespannt, was wir heute bekommen haben als Belohnung. Deswegen schauen wir da einfach mal rein. So, wow, wie viele Sachen habe ich hier, Digga? Hier einmal das Alaylai-Lama, dann haben wir hier nochmal das Alaylai-Lama, aber kostenlos, plus wir haben wieder zwei Lamas kostenlos als Geschenk. Nice Sache auf jeden Fall. Im Event soll ist weiterhin alles gleich geblieben. Cloaked Shadow würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, feiere ich zu Tode und die Lamas werde ich mir jetzt auf jeden Fall auch abholen. Und ja, Leute, hier an der Stelle soll das auf jeden Fall mit dem Video gewesen sein. Ihr könnt ja gerne eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Würde mich persönlich mega freuen. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Creator-Code einzugeben. FRPZ-YT Ja, an der Stelle verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Haut rein, geht in mit dem Flow. Euer Fritz. Flop on my knob, like corn on a cob. Check in with me, and do your job. Lick on the bed, and give me head. Don't have to ask, don't have to beg. Juicy is my name, sexy is my game. Let's rock a board, let's run a train. Okay. Du hast auf und –